Also die haben dort immer so Jan und Henry Socken und so und kleiner König und Prinzessin und König und Drachen und so und so Bäckerei und Weihnachtsmann und so und das ist ganz schön und da freuen sich die Kinder, wenn die Mama und Papa dahin gehen. Das ist das Pugentheater.